So ist es laufen, warum ich nichts gedrückt halte. Ich könne kotzen, ich könne kotzen! Woran bist du jetzt geschworen? Aber jetzt gehts langsam so los, dass du besser wirst als ich. Ach quatsch, weißt du woran das liegt? Ich habe falschen Charakter. Wir können doch mal einen Charakter changen. Level 2 von 10 freigeschaltet. Können wir noch mehr freischalten? Guck mal, da ist ein Fragezeichen. Da könnte jemand von uns was freischalten. Oh, 2. Müssen wir hinkommen, irgendwie. Mach sie hin. Wir müssen doch irgendwie zum Ziel kommen, oder? Oh, das ist ein bisschen... Ja und? Rette dich da, du wirst es eh nicht schaffen. Ja, vielleicht. Das ist machbar. Jahre später. Ja, das ist... Hey Südrich, was hast du alles gemacht? Ich habe versucht einen Haus hoch zu flittern. Dafür schauen, ach nee. Hey! Abends sind die Drohnen jetzt nicht weg. Kein Gewinner, keine Punkte. Oh ja, Strohbein. Oh ja, geil. Andere Seite, Philipp. Müssen wir doch ins Ziel kommen. Ja. Ah, Philipp. Ich habe doch Flügel. Warum kann der denn fliegen? Ah, fast. Hehehe. Aber ich habe gedacht, ich kann nur noch Trügel an der Auswand. Geil, mach weiter. Mach weiter, mach weiter. Oh ja. Das gefällt mir. Das ist ja voll ungefähr. Kommt mir eigentlich hoch? Ja. Leute, der kommt dran vorbei. Ich bin an dieser Kumpfslinie fest. Oh. Ich habe eine neue Map für mich entdeckt. Huh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch etwas anderes entdecken kann. Ja, ich habe eine Errungenschaft erhalten. Junger Entdecker. Ja, alte Winder für Philipp. Dann können wir gleich eine neue Map spielen. Geil. Okay. Sehr gut. Das ist der Weg hier. Zum Rennen X gedrückt halten. Okay. Stand bei mir gerade. Ja, bei mir auch. Wie soll ich denn das machen? Das ist ein bisschen weit weg, oder? Wie soll ich den X gedrückt halten? Da habe ich gar keine Hand frei dafür. Na, na. Keinen Finger. Ja. Ach soo. Ach soo. Ne, das klappt auch irgendwie nicht. Und viel schneller habe ich mich jetzt ohne gefühlt. Ja, ein bisschen schneller ist man schon. Ah. Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Und ich wer Ah. Ich finde, dass wir einen Unfall widerspielen. Ich finde, dass ich über jeden Fallten遮uvre bin. Hab ichFO gewartet. Lauf einfach in das verkackte Ziel jetzt rein, Cedric! Münze! Philipp? Ander Dog bin ich jetzt wieder. Ja, darauf habe ich gewartet. Tja, jetzt hat er es geschafft. Nein! Philipp hat gewonnen! Glückwunsch! Come back! Oh, jetzt geht es los. Ey, was soll denn das? Ja, so kriegst du die Münze nicht. Hör mal auf in der Scheiße! Junge! Hat er ja noch einen Zungen-Geschiss oder was soll denn das? Ja, wahrscheinlich wollen wir das so... Oh nein! Nein! Du fragst ganz schön auf, kann das sein? Ja! Guck mal, guck mal wer er jetzt aufholt! Sattel, du bist ganz schön langsam! Wüsstest du, dass man mit dem Linksschiff sprinten kann? Naja! Ja, kann man nämlich! Deswegen habe ich vor uns standen, weil ich in Einzelnen geguckt habe! Achso! Gutes Schiff! Alter! Wuh! Ja, stimmt! Das ist besser als X! Jetzt hat er es auch geschafft! Das ist scheiße! Ach du Heimatlein! Wie soll man das jetzt schaffen? Wie soll man das jetzt schaffen? Oh! Pff! Ich möchte mich nicht durchspringen! Oh! Ha! Fast geschafft! Nur drei Runden! Was? Da hab ich gerade drauf geachtet! Was? Da hab ich gerade drauf geachtet! Bei meiner Falle? Ja! Nein! Wie? Da hab ich gerade drauf geachtet, was du hinsetzt hast! Wie das Schaf abgeht! Oh! 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 Boah! Huh! Wenn ich noch oben drauf springen kann. Verzeih das bisschen fest hinkst du und so. Kann ich dorthin springen? Ja, das könnte klammern. Scheiße! Du hast gleich gewonnen. Das kann ich nicht mehr wollen. Warte ich trödel, Moment. Was willst du kaputt machen? Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Ja. Mein Ernst. Viel zu langsam. Nein! Jetzt bist du irgendwo gefangen. Spring runter, Cedric. Du weißt genau, dass es nichts bringt. C ist ein Cedric, du hast keine Zukunft. Aufgeben, 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 aufgeben. Nein! Ja, passt, passt, passt. Ja, nein, 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 nein. Halte B um aufzugeben. Nein, nein, nein. Herr Cedric, ey süß. Es ist wirklich ein großer Fehler, das hier drüben wegzumachen. Ach, haben wir es auch. Auch, auch, ja, ne? Du bist das... ...ultimative Huhn. Ey, ich bin's ultimative Chicken, ey. Schreib's mal ruhig. Du bist... ...ultimativ das Huhn. Haben wir eine neue Map? Ne, dort oben. Dort ist die neue Map. Oh. Oh, das ist die mit dem Vorstuhl. Hey, wo geht's denn hin? Da oben ist das Ziel. Das ist einfach. Was macht der Knopf da unten? Nix. Wie nix. Da oben ist auch noch ein Knopf. Nein, der Knopf macht nix. Ich hätte das laufen können. Synchronspringen. So, wie ist der einfach mit dem Fahrstuhl. Wir können es jetzt ein bisschen schwerer machen. Dann mach ich auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch mal ist. Was ist denn das, Junge? Dreht sich, wie so ein Fließband ist das. Kann ich ja drauf drehen. Mann, du hast meinen Plan realisiert. Das geht gar nicht. Ich glaub. Ist gut. Ist gut. Schade. Da hab ich nicht gesehen, was er gemacht hat. Oh, verdammt. Halt, da hat mich doch bestimmt erquetscht, das Ding, oder? Nee. Du führst dich an der Seite dann raus. Warum bin ich jetzt nicht mehr durchgefahren? Keine Ahnung. Back, 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 back! Ach, du musst bis einmal drauf treten. Ja. Hm, wie machen wir jetzt das mal, ja. Ja, wie machen wir's schwerer? Oh ja, das ist gut. Verdammt. Du bist in dem Sturm. Und Glas. Oh, da kann man sterben? Ja. Hab ich vergessen. Was macht dein grüppisches Tintending, was du hingebaut hast? Es beglückt dich. Oh, da hat mein Blond ist schon. Oh, da kann ich unten. Oh, da kann ich unten. Gefallen. Schön für dich. Schön, schön, schön für dich, Cedric. Einfach schön für dich. Scheiße! Ja! Schön für mich. Einfach schön für mich. Das ist ein schwarzes Loch. Ja, er hat's verstanden. Das wär Tinte. Ja, noch mal warten, bis es unten ist. Verdammt. Na? Na? Nächste Runde schaffst du's. Nächste Runde schaffst du's. Ich weiß gar nicht, kann man den auch drehen? So. Oh fuck. Ich muss einfach bis oben ankommen, ne? Ja. Ach komm, leck mich doch mal aus. Weiß... Uba! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht! Nein, dein Ernst. Ja, mein Ernst. Come back. Siehst du? Oh, das ist ganz interessant, Jax. Oh, fuck, dachte Scheiße. Die ganzen Special-Effect-Eräusche, die finde ich übelst cool. Ah, ein bisschen zu einfach. Bist Ultimative, das scharf. Na, fast. Nein! Jetzt habe ich mir ein Eigentor geschossen. Fuck! Ja, geht natürlich auch. Was hast denn du eigentlich gesetzt gerade? Die Pflanze ganz oben, die du gleich sehen wirst. Geht ernst? Ja. Jetzt kann ich doch gar nicht mehr aufholen. Ging's mir vor uns auch. Oh. Scheiße. Comebackpunkte! Komm! Habe ich gewonnen? Ach ne, du bist das. Du bist halt scharf. Blödes Schaf, ey. Noch einmal oder wollen wir erstmal aufhören? Können wir erstmal aufhören. Da kann ich was essen. Mein Essen ist fertig. Okay, dann haben wir schön darüber geredet. Mein Essen ist fertig, wisst ihr Bescheid. Damit gibt es jetzt Fleisch. Bis zum nächsten Mal bei Ultimate Chicken. Das waren bestimmt mehrere Folgen, oder? Drei oder vier Stück waren das glaube ich. Ja genau. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.